Hey Leute, was geht? Wir sind wieder hier in Notofarmburg und heute habe ich mal was Verrücktes vor. Heute möchte ich mal mit dem Motorrad in die Bank einbrechen. Tatsächlich kann man ja in Gebäude fahren alles und das werde ich heute mal ausprobieren, ob das überhaupt klappt. Keine Ahnung, ob das überhaupt klappt, aber das ist erstmal der Plan. Das heißt also, wir fahren mit dem Motorrad in die ganze Bank rein, in den Tresor rein vielleicht sogar. Da müssen wir mal schauen, ob das überhaupt funktioniert, weil ich glaube, da ist ja sogar so eine Kante beim Tresor. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall werden wir damit in die Bank fahren und das werden wir einfach mal diese Folge ausprobieren. So, da sind wir auch schon. Jetzt müssen wir nur durch die Glastür gehen, das geht schon mal ganz gut. So, jetzt ist die Tür hier, okay, hat sich geklappt. Wir müssen da links ein bisschen, genau so. So, hier auch genau ein bisschen links so, perfekt. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir unser Motorrad abstellen. Also der Bank geht auf jeden Fall, die Bank, der, die da ist, Bank, genau. Wir sollten unser Motorrad nicht in den Tresor, ich glaube, ich stelle das einfach hier hin. Hier ist es schon ganz gut, denke ich mal. So, und, warte mal, wenn ich jetzt die Bank, warte mal, wenn ich jetzt die Tresor öffne, wir prüfen uns einfach, warte mal. So, warte mal, jetzt steck ich jetzt ein, einfach mal. So, schnell ist hier durch, in den Tresor rein. So, komm, komm, Kuli, jetzt schaffst du, komm, jetzt schaffst du, schaffst du, komm. So, oh nein. Geh rein da, nein, geh rein da, oh nein. Äh, das kann ich gut hier, hallo. Ähm, oh, ich... So, warte mal. So, das geht nicht, das geht nicht, okay, das geht nicht, wir kommen da nicht durch. Egal, Leute. Bevor gleich der Tresor dazu geht, nehmen wir erstmal die Diebesgut hier erstmal. So, nehmen wir alles mit hier erstmal. Ich höre auf jeden Fall noch gar keine, schon mal ganz gut. Mein Motorrad ist schon mal breiter, das wartet auf mich auf jeden Fall schon mal. So, achso, ich muss natürlich hier vielleicht schon mal die Wester anziehen, vielleicht... Oh, ich habe schon ein Glas gehört, ich habe das Glas schon gehört, auf jeden Fall. Hm, gleich müsste einer kommen, und mal kommen wir irgendwie vielleicht so. Ja, es geht auf jeden Fall noch so. Da kommt schon einer auf jeden Fall, Leute. Da, seht ihr das? Okay, der schießt auf jeden Fall schon mal. Okay, ich sehe den 0, ich sehe den 0. Hier, okay, ich sehe auf jeden Fall da zwei SEK-Kollegen. Da sehe ich einen Sniper schon mal da durchgucken. Okay. Wir können tatsächlich auf den Arm auch drauf schießen hier. Wenn der so ein bisschen durchbackt durch die Wand. Das geht auf jeden Fall. Okay, kein getroffen tatsächlich. Okay, okay, okay. Oh nein, der macht Platten rein. Hör auf, Platten rein zu machen, böse. Ja, wir haben getroffen auf jeden Fall schon mal. Haben wir Kekse bei, wir haben einen Keks bei. Oh nein. Macht jetzt unser Muppet kaputt, das ist gar nicht gut. Oh, er runnt, er runnt. Oh nein, ich habe kein Dings hier. Nein, ich habe die falsche Waffe genommen einfach. Er will mich rushen auf jeden Fall. Gar nicht gut, gar nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Motorrad drauf. Motorrad Action. Fahren eventuell. Oh mein Gott. Das Ding ist, die können mich halt nicht runterschießen hiervon. Auf jeden Fall. Ja, die wollen Cupfroschen machen, ne? Die wollen Cupfroschen. Oh nein, Cupfrosch gar nicht gut. So, gehen wir schnell raus. Mal hier. Und Leute, die haben Stop-6 eingetan. So, okay, perfekt. Nochmal eine Bombe auf jeden Fall. Okay, mein Motorrad ist noch hier. Okay, wir haben ihn auf jeden Fall bekommen. Schon mal einen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Hallo. Aufhören damit. Okay, 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 okay. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Okay, wir haben auf jeden Fall ein paar gekillt hier auf jeden Fall. Einer müsste hier noch drin sein irgendwo, glaube ich, oder? Ne, da hinten ist einer, habt ihr gesehen? Den hinterher ist er. Da ist er. Wir haben ihn. Okay, wir haben alle. Okay, Marco, das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Lol. So, Leute, bitte adde mich. Ne, ne. So. Und jetzt müssen wir noch entkommen. Also geht mal. Hallo, ihr müsst da weg. Ich komme da mit dem Motorrad nicht durch. Ihr müsst da weg mit der Leiche. Hallo. Das ist nicht gut. Warte mal. Oh, ich kann die so ein bisschen wegdrängen. Vielleicht mal. Ah, warte mal. So ein bisschen nach hinten. So. Oh, da kommt wieder einer. Das ist nicht gut. Hör auf. Aufhören damit. Aufhören. Hallo. Ich komme nicht durch die Tür. Okay, perfekt. Wir haben ihn auch. So. Okay, warte mal. Jetzt. Boah, Alter, Marco, voll der Skiller wieder hier. Okay, Mann, Spaß. So, jetzt muss ich irgendwie da rüberkommen. Ich komme über der Leiche nicht. Kannst du bitte weggehen da? Ich muss hier. Also, jetzt ist. Ja, 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 ja. Boah, Junge, wie ein Weggeschossen ab. In den Tresorraum rein. Okay, das ist ein Stop. Sieht das schlecht. Ja, was willst du machen? Was soll man machen? Okay, warte mal. So. Okay, nein, das klappt nicht so gut. Komm, Marco, was schaffst du noch? So, Leute, jetzt. Jetzt haben wir es. Okay, nein, verkackt. Da kommt der nächste Medic. Der denkt sich wahrscheinlich so, what the fuck ist hier los? Oh, das ist wie Eiswürfel. Hallo? Nein, ist nicht gut. So, warte mal. So. Langsam, Marco. Langsam. Das ist die letzte Tür. Das ist die letzte Tür. Okay, haben wir geschafft. So. Tür auf. Leute, ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Ich bin einfach mit dir. Wie dumm ist das denn, Leute? Wie dumm ist das bitte? Oh mein Gott. Das ging ja wirklich einfach. Ich hätte nie gedacht, dass es funktioniert, Leute. Oh mein Gott. Okay, das. Beim ersten Mal auch noch. First Try, Leute. Das war krass, Alter. War das krass, Leute? Wenn das krass war, Leute. Lasst mal ohne Scheiß jetzt ein Like und ein Abo da. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn das krass war, Leute. Ohne Mist jetzt. Ohne Flex. Das war krass, oder? Das war krass, Leute. Wir sind gerade erst mal bei fünf Minuten. Und ich bin schon fertig mit der Idee. Ich habe gedacht, ich muss irgendwie zwei, dreimal, viermal versuchen, bis das wirklich klappt. Aber es hat ja beim ersten Mal schon klappt. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, probieren wir vielleicht das nochmal. Oder vielleicht nochmal beim Juwelier. Weil das ist ja auch interessant beim Juwelier, denke ich mal. Aber erstmal müssen wir unser Motorrad reparieren. Weil der hat doch ganz schön Schaden mitgenommen. Aber es war ein bisschen OP, glaube ich, auch. Da ich im Bank-Tresor-Raum auf dem Moppet saß. Weil die haben häufig geschossen. Und ich habe halt keinen Schaden bekommen. Und als ich ausgestiegen bin, hatten die keine Muni mehr so wirklich. Und dann konnte ich halt die Bomben placen und alle in Luft sprengen so ein bisschen. Ich glaube, das war echt nicht schlecht, ey. Ich glaube, das war echt nicht schlecht, Leute. Das war gut. Oh, ich bin gerade hier so ein bisschen richtig selber stolz auf mich. Muss man ja sagen, ne? So ein bisschen stolz bin ich auf jeden Fall auf mich selber. So ein bisschen, ne? Eigenlob stinkt zwar, aber egal. Also habe ich schon ganz gut gemacht, muss ich sagen. Okay, Leute. Wie wir sagen, wir gehen jetzt mal beim Juwelier. Beim Juwelier wird wahrscheinlich auch noch was Action sein, hoffentlich. Das machen wir hier. Okay, da ist direkt ein Poetsist. Ich würde sagen... So, die Tür erstmal gehen hier. So, wir sind hier drin auf jeden Fall. Kann man nicht eigentlich auch irgendwie vielleicht eine Tür blockieren mit so einem Motorrad? Wenn ich jetzt einfach mal hier so rund stehe mit dem. Warte mal. Oh. Äh. Hallo? Hallo? Äh. Lassen wir dir meinen Motorrad anruhe? Ich habe nichts gemacht. Oh nein. Okay, ich habe mich schon ertarnt. Okay, warte mal. Wir lassen jetzt unser Motorrad da stehen. Das passt eigentlich so weit, wie ich sage. So, und jetzt schnell aufbrechen hier. Weil ich glaube, die Polizisten haben eine Nachricht bekommen, dass der Polizist down ist. Und deswegen müssen wir auf... Oh, da kommt schon der Erste. Das ist aber ein Passat gewesen, glaube ich, oder? Ich bin nicht auch noch sicher, weil das war ein Passat. Oder war es das neue Fahrzeug vielleicht auch schon? Das getunte? Ich weiß nicht genau, welches war. Ähm. Egal. Da ist noch eins auf jeden Fall. Egal, egal, egal. Ja, da kommt der Erste wieder. Okay, okay, okay. Da kommt der Erste. Egal. Die Tür ist aufüber dicht, würde ich sagen. Vielleicht kommt er doch durch. Keine Ahnung. Da kommt Wind durch. Okay, da kommt Wind. Okay, wir haben ihn. Perfekt. Okay, so. Den machen wir auch noch hier mitnehmen hier. Den machen wir auch noch hier mitnehmen. So, den nehmen wir auch noch mit. Weil das Ding ist, ich glaube, ich habe wirklich... die Tür gelockt dadurch. Die kommen da erst mal nicht durch, würde ich sagen. Keine Ahnung. Die ist schon ganz gut da, glaube ich, das Motorrad da. Die Tür ist erst mal gelockt. So, dann nehmen wir das mit. Aber das heißt, die können halt nur hinter mir kommen, so ein bisschen. Aber das würde eigentlich passen. So, G36 wieder Hand nehmen, weil das ist ganz nice. Immer schön gucken, ob die Tür da frei ist. Die ist auf jeden Fall frei. Das ist sehr gut, Leute. So, da kommt der nächste Polizist, glaube ich. Oh, da kommt der nächste Polizist, wirklich. Warte mal, wo kommt der denn her? Der kommt doch von da... Ja. Ja, der kommt da nicht durch, ne? Ja, ja. Oh, doch, der kommt doch durch. Okay, der kommt doch durch. Okay, okay. Sniper dann ein bisschen wir nehmen. Ich habe keine Multimeter, G36 gleich. Oh, ich habe da... Oh nein, ich Idiot. Äh, warte, Spielstopp. Spielstopp, hallo, Moment, 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 hallo. Bleibt mal stehen da, junge Dame. Hallo. Hallo. Okay, jetzt haben wir den getroffen, auf jeden Fall. So. Okay, das war ein bisschen laggy, so ein bisschen. Aber noch ein bisschen. So, wir sind auch gut im Leben, auf jeden Fall. So, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was hier. So, das machen wir für auch noch mit hier. Zack, die Flak hier, mitnehmen alles. Adrenalin ist auf jeden Fall ein bisschen hoch bei mir, aber nur ein bisschen, würde ich sagen. Das ist schon, äh, wild. So, nehmen wir das auch noch mit hier auf jeden Fall. Ich hoffe, da kommt kein Polizist mehr, weil jetzt so ein bisschen bin ich gleich hier out of ammo, ne? Ich habe nicht mehr viel, äh, Money. So, gucken. Das nehmen wir auch noch mit hier erstmal. Ich hoffe, kein Medic kommt gleich, weil das wäre auch ein bisschen schlecht, würde ich. Aber, ja, Medic kann auch nicht kommen, von mir aus. Jetzt ist es auch wirklich egal. Drei Leute liegen da auf jeden Fall am Boden, muss ich sagen. Einer ist abgehauen, okay. So, das nehmen wir auch noch mit auf jeden Fall hier. So, kaputt machen alles hier. Perfekt. So, nehmen wir auch noch mit. Und dann würde ich sagen, Flucht. Ich glaube, dann haben wir auch das meiste hier mitgenommen. So, okay, Flucht. So, zack, auf mein Moppetier steigen und jetzt Vollgas. Äh, Vollgas. Zack, Vollgas. Und raus hier. Adios, muchachos. Und weg zum Dealer, Leute. So, Leute. Ich bin eigentlich mit dem Video fertig. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Deswegen würde ich sagen, werde nicht einfach das Video jetzt. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe den Juwelier erfolgreich ausgeraubt mit dem Motorrad. Die Bank erfolgreich ausgeraubt mit dem Motorrad. Ich verkaufe jetzt alles. Ich habe auf jeden Fall Profit gemacht. Oh, nicht kaufen. Ähm, Schmuck verkaufen, Gold verkaufen, alle Bomben verkaufen. Ich bin durch auf jeden Fall, Leute. Wie gesagt, lasst gerne auf jeden Fall einen Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, haut rein, Leute.